Jo, hi Ben, was geht ab? Guten Tag LeBloch, alles gut bei dir? Klar, es geht los man, es geht los. Dann... Was haben wir heute vor? Ja, großes haben wir vor, wir wollen einen Alpharaptor killen. Und zwar voll das Viehmann, wir haben voll den Plan ausgehackt und es geht gleich los. Ja, ähm, ja der Plan ist ja eigentlich... Du erklärst den Plan und ich stell die Bärenfallen auf. Alles klar, also wir wollen den Alpharaptor hierhin locken, damit er hier schön vor dem Tor erstmal von uns, von den Seiten mit Pfeilen bombardiert werden kann. Und der LeBloch da unten, der legt jetzt gerade ein paar Bärenfallen aus, damit der da vielleicht auch mal reintappt und mal stehen bleibt und wir den halt noch viel bequemer mit den Pfeilen treffen können. Warte, dieses... Ich glaube auch gleich, äh... Ja, das Mäuschen, er rennt nach vorne und lockt den Alpharaptor hierhin, damit wir ihn bombardieren können. Und ich hoffe mal, ähm, dass ihm das gelingt. Hoffe ich auch. Ich werde das Ganze von einer sicheren Perspektive aus beobachten. Warte, wo wirst du rumstehen, damit wir ihn auch gut festhalten? Ich glaube, hier ist ganz gut, weil dann kann ich ihn bombardieren. Leg einfach mal so quer, so eine Linie rüber, damit er auf jeden Fall irgendwo reintappt. Ich hab schon mal... Too close to another structure. Okay, ah, alles klar. Gut. Das heißt, ich darf sie nicht zu nah aneinander machen. So. Ähm. Ja, irgendwo wird er schon reinrennen. In eine von den drei. Hoffe ich auch. Ich hab dieses komische Schwein ja einmal kurz verscheucht. So, und ich hoffe auch mal, dass er unser Tor nicht platt macht. So. Steig auf auf die Olga. Hallo jetzt. Ja. Ja, du... Positionier dich schon mal auf deinem tollen Felsen. Ach was, ich guck mir das so ein bisschen von oben an. Du willst dir das Elend ansehen, ja? Ich bin gespannt, ob ich... Ach, aber wir sind schon wieder so rechts rüber. Er ist quasi echt auf Konfrontationskurs hier. So. Da ist ein Kano. Und der war irgendwo hier. Das Objekt der Begierde. Da hinten leuchtet es. Wo siehst du es leuchten? Wo siehst du es leuchten, Mann? Ich hasse diese Insekten. Ach so, ja. Da habe ich ihn. So. Komm her. Bei mir ist die Sicht nämlich ein bisschen eingeschränkt, weil ich eben auf einem super tollen Langsamrechner spiele. Also auf meinem Rechner eben. Oh, da wird derbe gekämpft hier. Jetzt bräuchte ich so eine Fliegen-Klatsche. Ja. Mich mal... Oh, shit. Shit, shit, shit. Abhauen. Wo bist denn du? Ja, hier wird er halt voll gekämpft. Das ist ein bisschen schwierig, uns wegzulacken, wegzulocken, während er... Richtung Tor zurück. Ja, mach das. Oh, scheiße. Der hat mich einmal gehittet schon. Machst du Platz? Ja, ja. Okay, pass auf. Ich... Ich komme mit dem an. Du kommst mit dem an? Ja. Gleich. Dann positioniere ich mich hier. Ja, man muss halt ziemlich niedrig fliegen, damit er auch denkt, dass er einen erreichen kann. Was ist das Mistvieh hier? Irgendwo war der gerade? Oh. Oh, 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 oh. Der wird gleich meine Olga kaputt fressen, glaube ich. So, da unten ist er und kämpft gegen die Insekten. Okay, das ist gut. Jetzt hat er die Insekten kaputt gemacht. Jetzt muss ich ein bisschen abwarten, bis er die... Bis er die weggefressen hat, muss ich ein bisschen abwarten. Kommt er jetzt? Nee, der kommt immer noch nicht. Ich muss halt immer ganz schnell abhauen, weil der... Weil der eben sauschnell ist. Ach nee, der frisst die immer noch. Ich guck mir das jetzt nochmal an. Ja, ich bin hier direkt vor diesem... direkt bei dem Schild in der Nähe. Ah, hier ist er. Ja, ja, der... Und ich bin direkt hinter ihm. Siehst mich wahrscheinlich auch. Also, ich hab ja voll die eingeschränkte Sicht wegen dem... wegen meinem Rechner, wie gesagt, aber... Ja, wegen Nebel halt auch. Ja, bring sie mal weg. Lock sie weg, lock sie weg, lock sie weg. Nenn sie hier zu mir kommen. Lock sie mal ein bisschen weg und dann fliegt ganz schnell wieder zurück. Irgendwas trampelt hier rum. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall... Wow, scheiße, 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 scheiße. Das gibt's doch nicht. Diese verkackten Drecksinsekten, ey. Also, es wird nicht so leicht, wie wir uns das grad vorgestellt haben, ey. Den erstmal da hinkriegen, ne? Ja. Mhm. Ja, ist halt das Ding, weil diese verdammten Insekten... Weil diese verdammten Insekten eben die ganze Zeit da rumfliegen, ne? Die sind halt super nervig. Oh, die ganzen Bäume, ey, komm. So, wo ist es, Schild? Wo gehst du da rein? Was natürlich jetzt ein bisschen kacke ist, ist, äh... Ja, der scheiß Nebel. Weil dann sieht man hier quasi nix, um den von hier oben abzuknallen. So, also das ist dann schwierig. So, jetzt... Jetzt war er mir grad ein bisschen hinterher. Ah, jetzt ist er wieder bei den Insekten zugange. Ja, was ist denn da los? Ich hoffe dann, wenn der hier ist, dass dem seine Leuchtkraft stark genug ist, äh, damit der hier im Nebel leuchtet. Ansonsten seh ich nix hier. Ah, ist mal wieder dieser Vorführeffekt. Ja, klar. Aber, aber was steht doch immer im Lademenü? The weather in Ark is unpredictable. Ja. Irgendwo ist das. Irgendwo ist der schon wieder. Aber ich seh ihn nicht. Wenn ich hüpfe, dann bin ich gleich irgendwo von links oder von rechts irgendwo an. Haben wir schon. Boah, dieser Drecksnebel. Ehrlich, oder? Ah, fuck, hier. Das muss nicht wahr sein, ne? Ja, grad eben haben wir die Nacht abgewartet. Ja, man, man, man muss halt immer irgendwie auf irgendwas warten, aber wenn man das die ganze Zeit macht, kommen wir dazu nie was, also. Das Ding ist halt, das Ding ist halt, ich treffe noch nicht mal mehr das Loch, also, ne? Den, den, den Gang, den Gang, wo ich durchfliegen muss. So, und jetzt fliege ich mal langsam über ihm her. Und der interessiert sich nicht für mich. Ein Schwein ruft mich an, er kommt mir hinterher. Eine Sau interessiert sich für mich. Oh, shit, da ist er, fuck. Der, der müsste gleich hier sein. Der müsste gleich hier, oder? Oh, ja, ich seh dich. Dann müsste er jetzt gleich hier sein. Da ist er, da ist er. Er ist da, er ist da. Wir sollten landen. Scheiß, Insekten. Bam! Wow, das war ein schöner Hit. Hast du ihn mit der Pistole erledigt? Ja, man, mit der Silenced Pistol. Aber wo ist der? Siehst du den Raptor? Ich hab Angst, dass er jetzt hier hochläuft. Der ist jetzt Passive, mein Vogel. Ach, hier, da unten ist er. Da ist er. Der ist irgendwo da unten. Du müsstest ihn von deiner Klippe aus gut sehen. So, los geht's. Raptor. Spitz in die Fresse. Hab ich ihn erwischt? Ja, ich erwisch ihn. Du erwischst ihn? Das ist gut. Ich erwisch ihn, glaube ich, nicht. Weil er halt zu nah an der Klippe steht. Hm, scheiße. Warte, ich hab ne Idee. Werf ne Granate runter. Ja, sauber. Warm. Hat ihn voll gegeben. Hast du das gesehen, ey? Hoho. Granate, ey. So, jetzt bloß nicht runterfallen. Oh fuck. Bloß nicht runterfallen. Na, weißt du was? Ich glaub, wir haben ihn gleich. Alter, ja, wir haben ihn. Wuhu, sehr schön, sehr schön. Ein Alpharaptor ist down. So, nicht weghauen den Loot. Sondern mal gucken wir mal, ob der was im Inventar hat. Ja. Okay, er hat Frank Arrows. Er hat eine Metal Pick. Er hat irgendwelche Boots. Die brauchen wir nicht. Er hat einen Bogen. Er hat einen Metal Hatchet. Das brauch ich. Den Metal Hatchet nehm ich mal. Den Metal Hatchet hab ich genommen. Hihi, hihi. So, ich werd mal unsere Bären fallen. Soll ich die einsammeln? Ja, ne? Ah, ich sammle die ein. Boah, wir haben einen Alpharaptor gekillt. Sollen wir uns direkt den Kano annehmen? Aber den müssten wir auf die gleiche Art und Weise. Gleiche Art und Weise, klar. Natürlich. Aber der dauert natürlich was länger, ne? Ich weiß es. So ein Raptor ist kein Vergleich zu einem Kano. Ja. Gib mir mal die Granaten. Die haben mir so Spaß gemacht. Ja, komm wieder zurück in die Base. Moment, ich muss erstmal hier irgendwie leveln von mir. Aber ich weiß nicht, was ich leveln soll. Mein. Dein Plan. Einfach mal Movement Speed. Alter, ich bin drei. Vier Level. Ich bin... Ich hab noch 28 Schuss. Ich glaub, da muss ich mir noch ein bisschen... Alter, ich bin vier Level aufgestiegen gerade. Vier Level. Ich hab auch eins. Ha. Gar nicht gesehen. Ha. So. So. Dann geh ich mal abchecken, wo der Kano ist. Der müsste... Äh, 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 irgendwo dort stehen. T-t-t-t-t-t. Wo haben wir es denn? Mal einen Schluck getrunken hier. Electronics. Electronics. Ja gut, die können wir dann später einsetzen. Dann haben wir das auch direkt. So. Der Kano ist nämlich da drüben. Der noch. Ach. So. Und das ist ein Level... Ein Level 24, Kano. Das klingt doch auch gut. Level 24? Also Alpha? Ja. Level 24 Alpha. Warum hat der jetzt meinen Vogel geschlagen? Oder ich selbst meinen Vogel geschlagen? Wie geht das denn? Naja. Äh. Äh, äh. Wo muss ich ihn denn hinlocken? Oder ich hab da noch ganz Paola, meine ich. Ihn denn hinlocken. Hier lang locken. Nimm. Oh, hier sind ganz viele Tiere. Okay. Ja, pass auf. Wo können wir uns denn hier positionieren? Auch wieder hier auf den Bergen. Wo ich befürchte, das hier ist ein bisschen ein... Das ist ein bisschen abschüssiger da hinten, ne? Ja. Der könnte hier viel, viel leichter hochkommen. Ja. Und der wird hier mit Sicherheit hochkommen, du. Der wird hier... Hundertprozentig wird er hier hochkommen. So. Könntest du noch was trinken? Ja, dann trink ein. Ach, kann ich ja hier. So, und zack. Und, äh, dann bin ich eigentlich bereit. Mit dem Vogel kann ich hier erst hochklettern und... Mh, ja... Ja gut, ich werde hier nicht hochklettern können. Ich weiß nicht, wie, wie krass die unterwegs sind. Ich glaub, ne, ich glaub, der kommt hier nicht hoch. Gib mir mal die Granaten. Komm her, wo bist du denn? Äh, beim Tor. Richtung Kano. So. Du sollst dein Vogel... Ich weiß nicht, hast du ihn schon auf Passive gestellt? Ich hab's nochmal kontrolliert gehabt, nehm ich. Ach ja, er steht schon auf Passive. Gut. So, du bist ja voll der Hitman mit seiner Knarre, ey. Ja, ich weiß. Ich hab nicht so ne hübsche Rüstung. Bin eher so der... Der glänzende. Mh, ja, dann pflanz dich schon mal irgendwo hin. So, das war's. Den Kano werden wir gleich mal versuchen herzulocken. Ähm, wir bereiten mit dem Ben gleich noch ein bisschen was vor. Oder bereiten uns vor. Und dann geht's auch schon weiter. Dann töten wir den Kano. Voll geil. Weil wir versuchen's. Und, äh, bis dahin, ja. Abonniert, liked, was auch immer. Schreibt Kommentare, ob, wie, ob und die cool ihr's fandet. He. Und, äh, ich wünsch euch viel Spaß. Tschüss. Tschö.